Was ist für die Region eine Stadt, wichtige Künstler, aber auch ganz besonders um seine Beziehung zum Leben, zu seiner Heimatstadt und eigentlich eine Ausstellung, die fast offensichtlich ist, ein Thema, das ihn wirklich sehr bewegt hat, aber das ihn tatsächlich noch nicht wirklich in der Tiefe wissenschaftlich bzw. in der Ausstellung behandelt wurde. Ich befasse mich jetzt seit einigen Jahren schon, Franz Ratze, und mir ist aufgefallen, dass es eigentlich seit seinem Tod, 1983 oder auch schon zu Lebzeiten ist, dass ich gar keine Ausstellung gehabt habe, dass es wirklich ganz explizit mit dem Beginn oder noch mehr Person mit dem allerersten Ursprung seiner künstlerischen Karriere seines Werdegangs befasst hat. Ich freue mich, dass ein Teil von der Welt da und ich verweise auf ein Dahinterliegen, nur ein Mund, ein Daseinsgrund, der im Grunde alles noch einmal eingefasst hat. Ich freue mich, dass ich es fühle mich jetzt auch so. Ich bin streng, dass es schon 있지 und ich an die Ausstellung reparieren kann, den ich auch Onew branchieren kann, denn ich meine Freundschaft placeboe, den man die in der Abstimmung erzeugt hat. Guten Tag, zu Hause ist Gruppen bemüって gesamte birthday Canad Das war gestern nicht an.